Die Teampartner-Registrierung bei Natura Vitalis Heute eine Live-Registrierung bei Natura Vitalis mit dem neuen Natura Vitalis Warenkorb, mit dem dynamischen Warenkorb. Wir müssen ja jetzt kein Starterberg-Paket mehr nehmen, wenn wir uns registrieren. Wir können frei wählen, welches Produkt wir nehmen, ob wir mit Einsteiger 80 Punkte starten, ob wir mit Berater oder Manager starten und die Produkte können wir uns direkt hier im Shop aussuchen und hier starten. Ist man schon Kunde von Natura Vitalis, kann man über den rechten Button starten und jetzt als Teampartner starten. Über den linken Button, da drückt man unten auf jetzt starten und kommt so direkt auf diese Seite, auf der wir dann ganz easy unsere Daten eingeben. Und zwar zweimal die E-Mail-Adresse, zweimal ein Passwort, mindestens 8 Zeichen lang, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen muss das enthalten. Und natürlich unten den Haken setzen, bei Newsletter abonnieren, damit wir immer auf dem Laufenden sind. Wir sehen hier live, wie ich einen Teampartner registriere. Wir machen gerade einen Zoom-Call und machen direkt hier die Registrierung. Dann kommt noch die Rechnungsadresse, das Land, Deutschland oder das jeweilige Land, wo du wohnst. Wir können ja auch in Spanien oder sonst wo Natura Vitalis Partner werden. Dann die Straße, die Hausnummer. Hier unten sehen wir dann auch gleich, wer der Ansprechpartner ist. Die Anrede, Herr oder Frau, Vorname, Nachname. Das Telefon lasse ich hier mal aus, aber Geburtsdatum ist ein Pflichtfeld. Pflichtfelder sind mit kleinen Sternchen gekennzeichnet. Und hier unten sehen wir meinen Sponsor, meine Kontaktperson. In diesem Fall bin ich das, die Marita Fischer, m.f. und meine Sponsor-ID. Und dann nicht vergessen, die drei Häkchen zu setzen und die AGB zu lesen. Und zack, auf Speichern. Und dann hüpft es gleich weiter auf die erste Seite. Und hier können wir uns jetzt das Starter-Set aussuchen. Das kleine Set als Einsteiger. Das mittlere als Berater, 300 PV, 20% Rabatt. Und das große Starter-Set hat jeweils schon 30%. Machen wir in diesem Fall nicht. Wir suchen uns die Produkte aus. Mein neuer Teampartner möchte ein CBD-Öl 10% haben. Und das gebe ich einfach oben in die Adresszeile ein. Wir sehen auch oben nur noch 80 PV bis zum Einsteiger. Sind wir beim CBD-Öl. Gehen nach unten. Hier kostet es noch 58,47. Jetzt haben wir es drin im Warenkorb. Uns fehlen noch 30 Punkte zum Einsteiger. Also 80 insgesamt. Hier haben wir 50. Und mein neuer Teampartner möchte hier das ganz neue Produkt. Das Xtreme. Das ist ein super Produkt für die müden Menschen unter uns. Da brauchen wir kein Red Bull trinken. Alles auf Naturbasis. Ich klicke hier auf Natura Vitalis. Hier sieht man meinen Online-Shop. Weil er registriert sich ja bei mir. Dann gehen wir ein Stückchen nach unten. Und sehen auch das neue Produkt. Xtreme. Hier noch 36,27. Und zack. Legen wir es in den Warenkorb. Wir sehen jetzt hier oben die 2 beim Warenkorb. Gehen zum Warenkorb. Und sehen auch oben im roten Button nur noch 216 PV zum Berater. Wir haben beide Produkte drin. Wir sehen jetzt auch hier die Einkaufspreise. Hat 36 nur noch 30,83. Und hier unten 15% Handelsspanne. Auch links haben wir nochmal einen Karriere-Hinweis. 216 PV bis zur nächsten Stufe. Wir klicken hier auf Weiter. Wählen die Zahlungsart aus. In diesem Fall machen wir Vorkasse. Weil ich den Partner registriere. Sofortüberweisung ist natürlich das Beste. Wir haben eine Ersparnis von 14,21. Ist alles hier angezeigt und entspricht einer Handelsspanne 15%. Dann gehen wir auf Weiter. Er kriegt jetzt die Daten zugesendet. Hier sehen wir nochmal 14,21. Die AGB akzeptieren, bestellen und kostenpflichtig absenden. Vielen Dank. Und das war es dann schon. Du bekommst jetzt als Teampartner eine E-Mail von Natura Vitalis mit einer Bestätigung, mit einer Rechnung. Die Bestellbestätigung haben Sie bereits per E-Mail erhalten. Dann sehen wir hier. Sollte etwas nicht lieferbar sein, werden Sie sofort informiert. Aber das ist weiter nicht. Und dann kann man gleich weitergehen und kann dann sofort die Shop-Einrichtung machen. Du hast jetzt einen eigenen Online-Shop. Und genauso geht es auch, wenn du als Berater mit 20% Handelsspanne starten möchtest. Du hast dir Produkte in den Warenkorb. Bis du 300 PV hast. Das sieht man alles angezeigt. Und auch als Manager mit 2000 PV. Du hast immer gleich deine Handelsspanne. Das wird dir immer gleich angezeigt. Und so geht es total easy. Und es ist erst ganz neu seit dem 18.08.2020. Vorher gab es nur die Starterpakete, die schon zusammengepackt waren. Und musstest du das nehmen, was es gab. Und jetzt kannst du dir selbst aussuchen, was du gerne möchtest. Wie es nach der Registrierung weitergeht, zeige ich dir im nächsten Video. Erste Schritte nach der Registrierung. Die Shop-Einrichtung. Das kannst du alles auf meiner Seite dir ansehen. Und wenn du noch Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare. Ich werde es jederzeit beantworten. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über jedes Däumchen. Und natürlich auch über ein Abo meines Kanals. Denn ich werde immer wieder neue Videos, Erfahrungsvideos, News usw. machen. Bis dahin, eure Marita. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020